Willkommen zu unserem Anleitungsvideo, in dem wir Ihnen zeigen, wie Sie Ihren Rasen mit dem Rasendünger Herbst Vital von Flora Boost optimal auf die kältere Jahreszeit vorbereiten. Der Herbst ist eine entscheidende Zeit für die Rasenpflege, um sicherzustellen, dass Ihr Rasen gesund in den Winter geht und im Frühjahr kräftig wieder austreibt. Der Rasendünger Herbst Vital wurde speziell entwickelt, um Ihren Rasen mit allen notwendigen Nährstoffen zu versorgen, die er benötigt, um stark und widerstandsfähig durch den Winter zu kommen. Warum Herbst Vital? Der Herbst ist die perfekte Zeit, um Ihren Rasen zu stärken. Kältere Temperaturen und feuchteres Wetter fördern die Wurzelentwicklung. Herbst Vital von Flora Boost ist reich an Kalium, das die Widerstandsfähigkeit des Rasens gegen Frost und Trockenheit erhöht, sowie an Phosphat, das die Wurzelbildung und Entwicklung unterstützt. Anwendung Vorbereitung Mähen Sie Ihren Rasen ein letztes Mal, bevor Sie den Dünger ausbringen. Entfernen Sie Laub und groben Schmutz, um eine direkte Einwirkung des Düngers auf den Boden zu ermöglichen. Dosierung Für eine optimale Versorgung empfehlen wir, den Herbst Vital Dünger mit einer Rate von 38 Gramm pro Quadratmeter auszubringen. Ausbringung Nutzen Sie einen Streuwagen für eine gleichmäßige Verteilung des Düngers über die gesamte Rasenfläche. Stellen Sie sicher, dass der Dünger gleichmäßig verteilt wird, um eine homogene Nährstoffversorgung zu gewährleisten. Bewässerung Obwohl der Herbst in der Regel feuchter ist, sollten Sie den Rasen nach der Düngung leicht bewässern, um den Dünger in den Boden einzuarbeiten und die Nährstoffaufnahme zu fördern. Nachsorge Nach der Anwendung von Herbst Vital sollten Sie den Rasen vor dem ersten Frost nicht mehr mähen. Dies gibt dem Gras die Möglichkeit, sich zu stärken und bereitet es optimal auf die Wintermonate vor. Fazit Mit dem Rasendünger Herbst Vital von Flora Boost geben Sie Ihrem Rasen die beste Chance, gesund und stark durch den Winter zu kommen. Eine gezielte Nährstoffversorgung im Herbst ist der Schlüssel zu einem vitalen Rasen im nächsten Frühjahr. Folgen Sie unserer Anleitung, um Ihren Rasen optimal auf die kältere Jahreszeit vorzubereiten. Vielen Dank für das Ansehen unseres Videos. Für weitere Informationen zu Herbst Vital und anderen Produkten von Flora Boost besuchen Sie bitte unsere Website. Vergessen Sie nicht, das Video zu liken, zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Tipps zur Gartenpflege zu verpassen.